Hallo Freunde der Grafikverarbeitung, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu unserer Tutorial-Reihe mit GIMP und wir werden heute uns mit dem Thema Bump Map beschäftigen und dazu habe ich zwei Beispiele. Als erstes möchte ich ein Foto in ein Öl-Gemälde umwandeln und zwar wird das dieser Pferdekopf hier sein und das zweite ist, ich möchte ein Scheuntor, da haben wir es, mit einem Piece-Zeichen versehen. Was ich noch brauche ist ein Hintergrund für mein Pferdebild und zwar eine gewisse Struktur, da habe ich jetzt einfach mal so ein Stück Papier genommen, weil das sonst einfach zu glatt aussieht. Dann habe ich hier noch ein Bild mit verschiedenen Piece-Zeichen, da würde ich mir irgendwas rausschneiden und als letztes habe ich hier noch einen schönen Bildrahmen. Gut, legen wir los und wie immer werde ich erstmal meine Ebene duplizieren und die untere Ebene ausblenden. So, was jetzt kommt, ist relativ simpel. Ich gehe auf Filter, dann gehe ich auf Künstlerisch und auf Öl-Gemälde. Dann seht ihr hier eine Maskengröße, bei mir habe ich schon 50 eingestellt, das ist der Maximalausschlag und den Exponenten habe ich auf 11. Das ist je nach Bildgröße etwas unterschiedlich, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, jetzt drücke ich auf OK und es sieht so aus, als würde gar nichts geschehen und das dauert auch noch eine gewisse Zeit, aber hier unten steht Öl-Gemälde wird erstellt. Und da haben wir hier auch so ein Kreuz, da können wir die ganze Sache abbrechen, wenn es euch zu lange dauert. So, das ist jetzt das Ergebnis. Bei mir geht das jetzt so schnell, weil ich einfach hier geschnitten habe. Allerdings ist das vielleicht noch nicht so toll, irgendwie fehlt hier noch eine gewisse Papierstruktur. Man könnte jetzt einfach auf Filter gehen, auch wieder auf Künstlerisch und dann auf Leimwand. Allerdings hat das nicht so einen schönen Erfolg. Könnt ihr ausprobieren. Ist natürlich Geschmackssache. Ich möchte es etwas professioneller machen und deswegen gehe ich auf Abbilden und dann wähle ich die Bump Map aus, von der ich schon am Anfang mal sprach. Und hier unter Bump Map, so einen kleinen weißen Pfeil. Und da suche ich mir jetzt mein Bild mit dem Papier heraus. Das ist die Vorschau. Das gefällt mir schon etwas besser. Ich kann auch die Tiefe noch verändern oder hier ein bisschen mit dem Versatz spielen. Das ist dann so eine Art Schatten von diesem Relief. Aber ich glaube, so lasse ich es. Drücke jetzt auf OK. So, dieses Bild kopiere ich jetzt. Und zwar gehe ich auf Bearbeiten, Kopieren. Wie immer. Jetzt suche ich mir hier diese Vorlage raus. Und jetzt sage ich noch mal Bearbeiten, Einfügen. Und zwar als neue Ebene. So, das Bild ist doch wesentlich größer als mein Rahmen. Soll uns jetzt nicht stören. Ich werde es einfach skalieren. Achtet darauf, dass diese Kette geschlossen ist. Dann schauen wir mal, wie groß wir das machen können. Noch ein bisschen kleiner. Wenn ihr verkleinert, das ist immer OK. Wenn ihr ein kleines Bild vergrößert, dann gibt es Rechenprobleme. Dann wird das Ganze ein bisschen pixelig. So, die Zwischenablage mit dem Pferd werde ich jetzt hier drunter setzen. Jetzt noch mal kleiner machen. Skalieren. Vielleicht hier auch noch mal. Von oben her runterziehen. Das dauert ein bisschen. Bis man das passend hat. Vielleicht noch ein kleines Stück. Dann können wir es hier auch noch immer mal zurecht schieben. Dazu solltet ihr gucken, dass ihr hier auch wirklich auf der Ebene seid. Sonst funktioniert das nicht. Und diese Option auswählen. Ebene oder Hilfslinien auswählen. So können wir es lassen. Und das ist jetzt mein fertiges Bild. Nochmal zum Vergleich. Hier das ursprüngliche Foto. Und das ist dann mein Öl-Gemälde. Kommen wir jetzt zu unserem Scheuntor. Da möchte ich zwei Pi-Symbole draufsetzen. Ich nehme mal das hier in der Mitte. Hat schöne Schwarztöne drin. Bisschen kräftiger. Bearbeiten. Kopieren. Und jetzt hier einfügen. Bearbeiten. Einfügen als Neuebene. Verschieben wir das Ganze. Dazu nehmt ihr natürlich das Verschieben-Werkzeug. Und achtet aber hier drauf, dass ihr auch die Ebene verschiebt. Und dass hier diese Auswahl auf Hilfslinien oder Ebenen gesetzt wurde. Und jetzt kann ich hier einfach mal das Ganze drüber ziehen. Ich lasse es extra mal hier oben etwas drüber hängen. Jetzt drehe ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen. Dann hole ich mir noch eins. Dann nehme ich mir mal das daneben. Bearbeiten. Kopieren. Und setze das hier auf diese Seite. Bearbeiten. Einfügen als Neuebene. Hier drehen wir auch noch mal. Und wir skalieren vorher noch etwas kleiner. Damit das alles nicht so korrekt aussieht. So, jetzt arbeite ich mit der Bump Map. Und dazu werde ich jetzt auf Filter gehen. Auf Abbilden. Dann die Bump Map aktivieren. Und mein Scheuntor heraussuchen. Ich könnte vielleicht noch mal ein bisschen die Tiefe reinsetzen. Okay. Dann haben wir hier richtig diese Linien drin. und das gleiche mache ich mit dem anderen auch. Dazu wähle ich die andere Ebene aus. Gehe wieder auf Filter. Abbilden. Bump Map. Und auch hier werden wir vielleicht die Tiefe noch höher setzen. Okay. Dann schauen wir uns das noch mal näher an. Man sieht hier schon die Briefen. Schiebe das noch mal, dass es auch passt. Diese Ebene verschiebe ich auch noch mal. Und hier müsste ich noch mal hingehen. und hier oben diesen Teil wegradieren. Dazu wähle ich einfach mein Auswahlwerkzeug, Rechteckauswahl aus. Jetzt muss ich natürlich auf diese Ebene gehen. Radiergummi. Und dann radieren wir jetzt hier einfach mal das da drüber. Dass der Beschlag da drüber ist. Auswahl nichts. So, und jetzt haben wir hier unser Scheuntor mit den Peace-Symbolen. Und das war's dann für heute. Jetzt wisst ihr, was eine Bump Map ist und was man für Filter benutzt, um ein Ölgemälde zu erstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt mir ein paar Kommentare und ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis dann. Tschüss!